Leidenschaft, Perfektion, der Wille, alles zu geben. Es ist einer der drei größten Kochwettbewerber, die es weltweit gibt. Das ist irgendwo eine Lebenseinstellung für uns, dass wir sagen können, okay, wir haben das Ziel, vielleicht irgendwann mal ganz oben zu stehen. Jetzt wollen wir einfach gleich aus da sein. Ich bin der Sturm und heute seid ihr der Sturm und ihr macht das ganze Ding heute platt. Du kannst mir alles nehmen, aber du kannst mir nicht das Kochen nehmen. Das hat man einfach gespürt, welche Liebe zum Kochen hier dahinter gesteckt ist. Das ist Weltklasseniveau. Wir haben eine Zeitfuß davon, fünf Minuten maximal. Wieso machen wir das? Ja, weil die Köche meistens viel sind. Von dem her sind es dann Nuancen, die einfach entscheiden am Schluss. Verdammt, da hätte es besser aufpassen müssen. Es hätte nur besser sein können. Von dem her sind das Jahr istnsinnig Crypto